Entspannt mit Sophia, sanft einschlafen und ganzheitlich entspannen. Hallo meine Lieben, ich bin es Sophia und ich begrüße dich herzlich zu einem Tapping & Talk. Ich hätte einfach Lust ein bisschen mit euch zu quatschen, also ein paar Geschichten zu erzählen und dachte mir, ich erzähle mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus dem Alltag, was so ist, wenn Leute ASMR nicht verstehen. Es ist ja leider immer noch so, dass ASMR noch nicht in Deutschland angekommen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr auch mal schreiben in eurem Bekanntenkreis. Ähm, meinem ist es so, dass natürlich Familie und Freunde von ASMR wissen, was ich mache. Und die finden es auch alle cool und es ist absolut in Ordnung. Es gibt auch Freunde von mir, die auch selbst ASMR gucken. Auch meine Videos, ähm, ja, aber es gibt auch andere. Ich habe nämlich neulich jemanden kennengelernt auf so einem Event, der kannte ASMR. Und als ich meinte, ich mache ASMR-Videos, was ist eine Antwort? Das ist doch dieser Erotik-Kram. Und ich so, nein, ASMR ist eine Entspannungsmethode. Guck dir halt meine Videos an. Ja, kann ich dir auch gucken, wenn ich neben meiner Frau liege. Jetzt bekomme ich ja ein ganz anderes Bild von dir. Ja, ähm, also ich würde mich sehr freuen, wenn ASMR endlich in Deutschland etabliert ist. Und zwar so, dass jeder weiß, was das ist. Dass jeder weiß, dass es eine Entspannungsmethode ist. Und nicht nur aus irgendwelchen YouTuber-Reaction-Videos. Die natürlich zu den ganzen Mädels-Reactions machen, wo man sich denkt, okay, ist das noch ASMR oder ist das schon Soft-Porno? Und, ähm, genau. Aber ist ja klar, dass gerade die für Reaction-Videos genommen werden. Ähm, ist ja klar. Ja. So viel zu den Storys. Ähm, ich hatte, oder ich habe leider auch immer wieder eben mit Vorurteilen zu kämpfen gegenüber ASMR. Und ich arbeite ja nun mal als Trainerin und auch mit Unternehmen zusammen. Und da ist es immer wieder so, dass, wenn die mich nicht persönlich kennen, sondern vielleicht eben nicht googeln und auf meine Videos kommen, ich dann auch nicht mal zum Gespräch eingeladen werde. Also, da sind anscheinend Leute dabei, die gucken meine Videos und denken sich, okay, was ist das denn für eine, die sitzt da mit einem Tennisschläger und schlüstert. Und ich kann auch verstehen, dass das, wenn man ASMR nicht kennt, sehr befremdlich sein muss. Und auf der anderen Seite, so sehr ich versuche, oder auch gerne halt zuerst mal stehe, davon halt erzähle, dass ich das mache, desto mehr finde ich es natürlich auch schade, dass Leute so vorurteilsbehaftet sind und mich dann auch nicht mal zu einem Gespräch einladen. Also, mir noch nicht mal die Chance geben, mich überhaupt kennenzulernen und zu merken, okay, privat flüstere ich nicht. Und, ähm, ja. So viel ein bisschen aus dem Niedkästchen geplaudert. Und, das fand ich neulich zum Beispiel richtig cool. Ähm, auch wenn ich von ihren Fernseherauftritten kein Fan bin. Ich gucke nicht Schwiegertochter gesucht, aber manche haben es ja gesehen. Ich habe neulich in meinem Vlog, ähm, die Vera in Wien kennengelernt, mit ihrer Frau Obi. Und, das war, die war einfach sowas von offen, ASMR gegenüber und da interessiert und fand's cool. Und, das ist etwas, das sehr, sehr selten vorkommt. Also, normalerweise, wenn ich Leuten davon erzähle, ist erstmal so, okay, du sitzt da und tippst mit deinen Fingernägeln auf irgendwas rum. Ja, ist ja voll weird. Und, ähm, das fand ich bei den beiden zum Beispiel überhaupt nicht, so hatte ich das Gefühl, dass sie dachten, es ist irgendwas komisches. Sondern waren halt super offen dafür und haben sich einfach dafür interessiert. Und, das fand ich einfach schön, wenn man Menschen begegnet, bei denen man zumindest das Gefühl hat, sie begegnen einem ganz ohne Vorteile und sind erstmal offen für Neues und lassen sich auch auf Neues ein. Genau. Ich mein, ich hab ja auch, als ich ASMR zum ersten Mal so ein Video angeklickt hab, hab ich das, ich glaub, auch erstmal vier oder fünf Mal weggeklickt. Und, das war von der, ähm, Whisper's Unicorn, so ein Roleplay. Und da dachte ich auch, ich bin irgendwie in so einem falschen Film gerade an irgendeiner Stelle bei YouTube falsch abgebogen. Und da kann ich mich ja gar nicht beschweren, wenn Leute das erste Mal komisch werden. Aber richtig cool. Ähm, noch eine kleine Geschichte. Meine Eltern haben das ihren Freunden erzählt, was ich mache, und die gucken jetzt auch meine Videos und feiern die total. Und ich mein, die sind ja alle schon ein bisschen älter, ne? Und da hätte ich gedacht, okay, die verstehen vielleicht nicht so richtig, was das soll, oder was ich hier mache. Aber, ganz im Gegenteil, die find's total cool. Und, ähm, feiern das einfach. Und das find ich einfach schön, da eben so viel positives Feedback auch zu bekommen. Und ich hoffe, dass da halt die ganzen steifen Businessleute, dass die da ein bisschen auflockern. Denn, doch eine kleine Story. Ähm, ja, eine traurige Geschichte. Oder eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Ich hab vor, ähm, ja, das ist jetzt schon fünf oder sechs Jahre her, mal in den Spiegel geschaut. Ja, ja, ich hab in den Spiegel geschaut. Und, ähm, damals hab ich aber so in den Spiegel geschaut. Es war an einem Freitagabend. Und, nein, ich hatte nichts getrunken, oder so. Ich war völlig nüchtern. Aber ich hab wirklich so in den Spiegel geschaut. Weil ich mir gedacht habe, wer ist das? Ich hab mich selbst nicht wiedererkannt. Ich mein, heute bin ich müde. es ist, glaube ich, ein oder zwei Uhr. Aber, damals war ich echt richtig, richtig, richtig fertig aus. Und, ähm, oh, lecker. Ja, meine Reaktion darauf war, dass ich am nächsten Morgen erstmal zur Kosmetikerin bin. Und gesagt hab, ihr, einmal überpinseln, bitte. Einmal Fassade neu machen. Und, äh, ja, das hat sie gemacht. Und, so ging's für mich weiter. Deswegen, das Beste, ich sag's euch, meine Lieben, wenn ihr gerne frühzeitig fertig aussehen möchtet und viele Verhalten haben möchtet, dann, auf jeden Fall, wenig schlafen und viel Stress haben. Die besten zwei Komponenten, ich weiß es aus eigener Erfahrung, um so auszusehen. Ja, und, äh, genau. Damals war es dann so, dass ich daraus nicht gelernt habe. Ich hab nicht nach innen geschaut, sondern hab halt weiterhin im Außen geguckt, wie ich in die Entspannung kommen kann. Und hab dann eben auch erstmal entdeckt, konnte dadurch gut einschlafen. Das war sehr schön. Und, ähm, hab aber eben nicht gemerkt, dass für mich diese Spirale immer weiter nach unten ging. Ich hatte weiterhin Stress, ich hatte weiterhin Strafprobleme. das hörte ja nicht auf, nur weil ich ASMR-Videos geguckt hab. Das ging hier immer weiter. Und, äh, ja, so hatte ich dann irgendwann das tiefste Tief erreicht und hatte ein Burnout. und, ähm, ja, das war einfach so ein, so ein schleichender Prozess. Also, natürlich hab ich's irgendwo gemerkt, dass es mir nicht gut ging. Aber, ich mein, wir haben kein Fach in der Schule. Das heißt, ähm, irgendwie, wie du mit Stress und Schlafproblemen umgehst, sowas haben wir ja nicht. und, wie gesagt, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, ähm, und, äh, hatte auch irgendwo Angst, natürlich, weil die Wahrheit zu sehen, dass es mir also schlecht ging. Und, ich hätte damals eine Trainerin gebraucht, wie ich sie heute bin. Ich hätte damals eine Speed Relax Trainerin gebraucht, die mich an die Hand genommen hätte und die mit mir die Aufwärtsspirale wieder gegangen wäre. Den Weg nach oben wieder. Und nicht nach unten. Ja, die ich hätte anrufen können unter der Woche nach Feierabend und die mir geholfen hätte. Und, ähm, genau, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann meinem alten Ich nicht helfen. Aber ich kann anderen Menschen helfen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und, ähm, ich merke gerade eben, dass die Leute, die es dringend, dringend nötig hätten, eben gerade die sind, die der Meinung sind, nö, brauche ich mich, mit mir ist alles in Ordnung. Und, genau, dieses Verhalten kenne ich auch von mir damals, dass ich mir nicht eingestehen wollte, dass irgendwas nicht stimmt. Sehr okay, dann gucke ich halt nächstes Mal ein Video und dann gehe ich halt zur Kosmetikerin. So. Ähm, genau. Und, deswegen versuche ich da gerade auch ein bisschen aufzurütteln, ähm, in Unternehmen reinzugehen, Workshops zu geben, eben mit Mitarbeitern zu arbeiten, um zu sensibilisieren, um für guten Schlaf zu sensibilisieren, um für ein stressfreies Leben eben dafür zu sensibilisieren, denn es gibt so, so viele Leute und dazu gehörte ich auch, die sind die ganze Zeit auf 180, die kommen nicht mal am Wochenende runter und irgendwann, irgendwann geht's noch nicht weiter. Kennt man ja, wenn eine Maschine auf Dauermodus läuft, irgendwann geht die kaputt. Ja. Und deswegen finde ich's halt so schade, dass es auf der anderen Seite, ähm, ASMR halt noch nicht so angekommen ist und Leute dadurch denken, dass ich irgendwas komisches mache, dabei es ist einfach nur eine fucking geile Entspannungstechnik. So. Und für heute mache ich jetzt noch Tapping und weniger Quatschen. Ich hab echt viel geredet, ne? Ja. Und jetzt das Sticky Sounds. 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 Das war's für heute. Ich mag dieses Soft-Tapping auch super gerne. Jetzt ein bisschen weich, wie weicher Regen. Soft-Tapping, Soft-Soft-Soft-Soft. Ich mag dieses Soft-Tapping auch schon wieder. Ich mag dieses Soft-Tapping auch noch die Steine. Es ist auch noch sehr soft. Es ist auch noch sehr gut. 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 Hier noch etwas weiches. Kids. 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 Es ist sehr schön. Ich bin so ein Fan von Sterni, dem Seestern. Ich hoffe, ihr habt nicht schon genug von Sterni. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Denn ich krieg nicht genug von Sterni, dem Seestern. Ich bin echt ein Fan von Sterni, der so viel auf dem natürlichen Ich bin einig, lass mich, nicht einig. Wenn ich eben nicht so, kann ich es mit den Kuchen Das war's für heute. 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 Das war's für heute.